Ich grüße dich, Engelbengelinchen. Bei dir geht es heute darum, Angst, wieder den Job zu verlieren. Das gucken wir uns jetzt mal an. So. Halleluja. Aber wir haben schon Halleluja. Halleluja. Das ist die Angst, die du in deinem Ahnensystem hast, Engelchen. Da kommt mir sofort das Ahnensystem, die weibliche Klientel, die immer wieder Angst hat, ihre Selbstständigkeit, ihren Job zu verlieren. Und du hast das vererbt bekommen. Halleluja. Alles, was das war, was das ist, was das sein könnte, durchaus unter Umständen vielleicht die Lügenmärchenerfindung, Separation, Projektion und Schlussfolgerung. Das Wann, Warum, Wieso, Weshalb auch immer noch einmal. Die schwarz-weiß- und bunt-magische Sache. Überall da, wo du mit deinem Kopf im Kollektivbewusstsein rumgondelst und wie Autobahnen in deinem Kopf hast, durch die diese Information, ich habangst den Job zu verlieren, bla, dieses und jenes, und du das wieder zu deinem machst, obwohl es nicht deins ist. Alles, was das ist, was das war, was das sein könnte. Zerstören, löschen, unkriegen, eliminieren, entmachten können, aufschwören, abannulieren wir. Durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multi-Universum und Zeitzonen, geben es zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Halleluja! Die Nase geht auf, Hals geht auf, Mund geht auf. Halleluja! 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 So, und dann hab ich bei dir eine Arschbacke im Eimer, eine ist schon darüber geflutscht. Und das ist so wie, als wenn du mit deiner linken Arschbacke schon versuchst, in den nächsten Eimer zu kommen, und du dieses, ich will meinen Job verlieren, gedönst, ja auch dazu nutzt, um neue Erfahrungen zu machen. Und das kann man halt gut über den neuen Job machen. Also da ist so ein Programm in dir drin. Einerseits willst du gehen, neue Erfahrungen machen, andererseits, ne, ne, Sicherheit. Der Arsch auf Eimer, hier ist so schön ruhig, hier ist so schön entspannt, hier weiß ich, wie viel Geld ich habe, muss mich nicht wieder zeigen, kann mich hier weiter verstecken. Halleluja! Bei dir stimmt überhaupt nichts, überhaupt nichts. Alle Synapsen sind völlig verdreht, verdrahtet, verkrustet, vermacht dein ganzes Gedankenkostüm. Ist einfach nur in Anführungsstrichen ein Katastrophe, Engelchen. Halleluja! Halleluja! Das ist alles nur grau-schwarz. Wir brauchen Licht, wir brauchen weiß, damit du die richtige Erfahrung kriegst. Halleluja! Alles, was du von den Ahnen der weiblichen Seite übernommen hast, zum Thema Job zu verlieren. Alles, was da reinschlägt, was dir die Show stiehlt, zerstören, löschen, unkriegen, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschwören, abannolieren, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebensheiten, Inkarnationen, Multuniversum, Zeitzone, zurück an die ursprüngliche Bewusstsein. Halleluja! Geht jetzt aus dem Schulterbereich, Nackenbereich raus. Alles, was du von den Ahnen der männlichen Seite übernommen, abgekauft hast, zum Thema Job zu verlieren. Halleluja! Wo du nicht begriffen hast, dass es die männliche Klientel ist und du alles in eins machst, männlich ist weiblich, weiblich ist männlich, und du das abgekauft hast, dass es so sein muss, bei der Jobsuche, bei der männlichen Klientel, zerstören, löschen, unkriegen, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschwören, abannolieren wir, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multuniversum, Zeitzone, zurück an die ursprüngliche Bewusstsein. Halleluja! Geht hier raus. Halleluja! Bist du wach? Halleluja! Das entkrumpelt sich im Kopf, der Kopf geht auf, der Kopf wird weiter, das Gedankenfeld vergrößert sich, und du gehst aus der Kleidigkeit, was der Job dir bedeutet, dir bringt, heraus. Und du guckst jetzt wie, über die Wolken, über die Wolken hast du den Kopf jetzt, und in diesem Fall wollen wir es, und in diesem Fall finden wir es. Gut, Schönheit! Halleluja! Selleriesaft, 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 Erna Poperna! Und Gerstengrassaftpulver als Saft trinken. Halleluja! 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 Weißer Heilnehmel kommt! Begradig dich, drück dich zurecht, rechts, links, oben, unten, alle Knitterfalten in dir, in deinem Sein werden rausgepresst. Halleluja! 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 Ruhe kommt, Ruhe kommt, Frieden kommt, Verständnis. Du setzt dich wieder mit beiden Arschbacken auf deinen Eimer und kannst jetzt eine eigene Entscheidung treffen. Will ich gehen, will ich nicht gehen, will ich hier bleiben, will ich nicht bleiben. Möchte ich eine neue Erfahrung, möchte ich nicht, aber du willst eine neue Erfahrung. Aber du musst natürlich auch die Eier haben. Halleluja! Und es muss dran sein. Halleluja! Verständnis, Verstand, Ruhe, Fokus, Klarheit, Struktur, Atemkönnen, Leichtigkeit, Frieden. Halleluja! Jetzt noch ein bisschen Heilnebel und Honig. Halleluja! Du merkst jetzt, bist du stabil. Alle Anhaftungen fallen noch in deinen Lavasee. Halleluja! Alles kribbelt, die Meridiane fließen. Ich wollte Aridiane. Ich weiß ja nicht, ob es Aridiane gibt. Sagen. Halleluja! Halleluja! Knuddel dich! Wuddel dich! War mir ein Fest mit dir, kurz, knackig, alle draußen. Du bist in der Stabilität, in der Präsenz, im Sein. Halleluja! Halleluja! Ich knuddel dich nochmal. Ich hab dich lieb, Engelchen, und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut! Ich hab dich lieb, ein Fest mit dir, und ich hab dich lieb, 없이,